Neulich dachte ich am Beispiel des Samson aus der Bibel über den Zusammenhang zwischen Frisur und Macht nach. Samson, nein nicht der aus der Sesamstraße, der aus der Bibel. Ich weiß, ich habe die Absicht jetzt ganz intellektuell. Samson verlor seine Haare und damit seine Macht. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Haaren und Macht? Wenn wollt ihr enden wie dieser Mann, aus Gladbach-Fällen im Kölschen Land, kann ich da nur noch eines sagen. Für mich jetzt klatschen, lasst ihn ruhig klagen. Männer können seine Gefühle auch zeigen. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ein bisschen Liebe. Ich verliebte mich zum ersten Mal, als ich noch sehr jung war. Die 30 Gründe, warum Fußball besser ist als Sex. Jetzt bin ich ja gespannt. Zwei, weil es 90 Minuten dauert. Drei, weil die Latte 7,32 Meter lang ist. Weil Versager ausgewechselt werden. Weil es 22 Männer zur Auswahl gibt. Und als letztes, weil Männer dabei wissen, wo der Anschlusspunkt ist. Danke.